Äh, ja, hi Leute, ähm, kleines Infovideo, ähm, Halo wird für, weiß ich nicht, ein oder zwei Wochen vielleicht pausiert. Kommt das hin, ein bis zwei Wochen? Ja, ich hoffe schon. Weil, ähm, der liebe Marco spielt, glaube ich, jetzt seit ein paar Tagen oder auch Wochen, eigentlich, ich glaube, seit Part 12, glaube ich. Seit Part 12 spielt er mit WLAN und nicht mehr mit LAN-Kabel, deswegen ist es auch der Grund, warum irgendwie immer jede halbe Stunde irgendwie das Internet abkackt und wir jede Mission dreimal spielen dürfen, damit wir es einmal hinkriegen. Das heißt, wir warten jetzt, bis er sein LAN-Kabel bekommt, damit wir dann wieder ganz schön aufnehmen können, ohne irgendwelche System, äh, System, sag ich schon, ohne irgendwelche Netzwerkabbrüche oder sonst irgendwas, ne, also, damit du Bescheid wirst. Und mit Ghost Weekend geht's auch bald weiter, wenn ich mal WLAN erwische. Oder erreiche. Mhm. Also, tschüss. Du musst tschüss sagen. Äh, ciao. Schön.